Hoeneß spricht über Neuer Poker. Uli Hoeneß hat sich für eine Vertragsverlängerung mit Kapitän Manuel Neuer ausgesprochen und den Transfer von Alexander Nübel zum FC Bayern gelobt. Ich würde es sehr begrüßen und mich sehr freuen, wenn Manuel Neuer die nächsten Jahre beim FC Bayern bleiben würde, weil er nach wie vor der beste Torwart der Welt ist, sagte Hoeneß dem Kicker. Genauso bin ich der Meinung, dass die Verpflichtung von Alexander Nübel zu 100 Prozent richtig ist und eine Glanztat von Hasan Salihamidzic war, fügt er an. Nationaltorwart Neuer und der FC Bayern verhandeln seit Wochen mit einigen Nebengeräuschen über eine Verlängerung des bis 2021 laufenden Vertrags. Nübelstransfer im Sommer ist seit dem Winter beschlossene Sache. Die Formel 1 startet laut Boss Chase Carey im Juli in Österreich ihre Saison. Der Frankreich Grand Prix wird abgesagt. Der finale Kalender soll zeitnah veröffentlicht werden. Einige Rahmendaten verkündete Carey aber bereits. Nach dem Start in Österreich sollen bis Anfang September Rennen in Europa stattfinden, die ersten davon vermutlich ohne Zuschauer an der Strecke. Im September, Oktober und November soll der Formel 1-Zirkus nach Eurasien, Asien und den amerikanischen Kontinent weiterziehen. Zum Abschluss stehen im Dezember das Nachholrennen in Bahaim sowie das Finale in Abu Dhabi an. 15 bis 18 Rennen sollen so bis Jahresende durchgeführt werden. Olympia lässt Gladbachs da nicht los. Gladbach-Kapitän Lars Stindl hofft trotz der Verlegung der Sommerspiele in das Jahr 2021 auf eine Teilnahme am Olympischen Fußballturnier. Olympia wäre natürlich ein Traum, sagte Stindl im Gespräch mit der BILD-Zeitung. Ich fühle mich gut und habe an ein Karriereende noch nicht gedacht. Er habe bereits einen kurzen Austausch mit DFB-Trainer Stefan Kunz gehabt, allerdings sei das Thema Olympia noch weit weg. Das Olympische Turnier ist U23-Spielern vorbehalten. Pro Team dürfen aber drei Akteure über dieser Altersgrenze nominiert werden. Stindl soll einer der Kandidaten gewesen sein.